hallo sehr willkommen in dieser Folge der Minecraft Rätsel heute mit der Auflösung von Blenden von letzter Woche mit neuen Rätsel was ihr in den Kommentaren auflösen könnt ich wollte mich sagen, äh, schluss mal auf und habe mich auch gefragt, wie ich diese Glocke aktivieren kann was wir jetzt auch tun können bei mir und auf meinem Kanal auch dann könnt ihr die Glocke aktivieren jetzt habe ich mich gefragt, äh, wir können aktivieren und sich selber berühren also so machen war anders, ja die Erfahrung ist aber, wie wie das los weiß, dass die Sitbox sich nicht daran mitbewegt so mit der Glocke vielleicht verstandhaft, obwohl die Glocke sich bewegt naja, jedenfalls, ähm der nimmt einfach einen Bogen schießen daran yay schon haben wir die Glocke aktiviert und und ich will runter so machen zack 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 und so kann ich die Glocke einfach aktivieren, ohne dass wir dann selber Hand anlegen gut 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 jetzt kommen wir zum Rätsel für heute und zwar und zwar ich hole mal ein die Spendal die Spendal so oh, ich habe die die Platzur ich gehe mal hier hin in der und ich habe hier das mit und in der die 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 spur gibt sondern dass hier so ein anderer spieler steht also das sollte der von anderen spieler und zwar meine frage ist jetzt der spieler schießt euch ab ja die frage ist jetzt ich kann man den pfeil abwehren wie funktioniert das schießt euch ab aber ich müsste es verteidigen ja also halt so schützt vor diesem fall dieser schrecklichen tat der typ abschieß das hat mich verteidigt ja ich jetzt ja noch irgendwie sogar zur seite geht wir sind interaktion ausführen dass er pfeil abgelenkt wird ja die frage ist wie geht das welche aktion die Aktion ist gemeint welche interaktion und noch über eine 5er chest hier die er leider entfernt wurde was sehr schade ist ja auch treffer die montare wenn ihr es wisst wenn ich nicht so weit auflösen immer noch ein bisschen was gewesen ich hoffe euch gefallen lassen gleich da habe ich den kanal mit die glocke folgen auf Instagram und tschüss